Das ist der Igor, den haben wir neu kennengelernt, ein älterer Herr. Und ja, der ist ein bisschen schüchtern, aber gestern am Zwinger hat er es auch schon ganz gut genießen können, wenn man ihn gestreichelt hat. Jetzt gerade ist er hier draußen ein bisschen gestresst, das erste Mal mit Geschirr draußen. Das findet er halt nicht so cool und auch hier alleine ohne seine Zwinger-Kollegen, nur mit uns. Aber das ist auf jeden Fall ein Hund, der sich wahrscheinlich schnell an den Menschen gewöhnen wird. Ganz feiner Kerl.